Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hatte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist, und sie dann zugibt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen. Und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Buch, an der Stelle, das ist der Knapppunkt. Und der Knapppunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will ein Bauernmädchen. Ein Mädchen, was vielleicht nicht sondern nicht helle ist, aber schlicht und einfach. Und es wird sie nie sein können, weil sie wird als Philosophin betrachtet. Und sie ist einfach auch durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen, sich so zu verhalten. Nee, wieso? Es hat ja sonst immer ein Herz und eine Seele. Und deshalb kann ich nicht alleine in die Kantine, oder was? Nein, aber ich find's ja nur so toll wie gute Befreundezeit. Ich muss ja mal los. Ich muss ja mal los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017